Zalesian Bruder Zalesian Bruder Zalesian Bruder Hier auf der Kompone habe ich jetzt so viele Zalesian Bruder gesehen. Ich muss sagen, ich bin sehr überrascht. Überrascht, nicht nur zu sehen, dass viele junge Zalesian Bruder hier sind, aber auch, dass sie in gutem Kontakt mit den Jugendlichen sind. Hier gibt es eine Fraternität, und es gibt eine sehr gute Kommunikation. Ich bin sicher, dass das ist der Weg, wie wir die Zalesian Bruder in Zukunft bringen müssen. Es gibt eine Fraternität und eine Gemeinschaft. Die Veränderung, die wir in der Kirche haben, in der Kirche kommen mit Pope Francis, ist etwas, das wir jetzt nicht sehen, wo es geht, wo es geht, wo es endet. Ich bin sicher, dass ich bin überzeugt, dass, was Pope Francis jetzt in der Kirche macht, auch in der Kirche beeinflusst unsere Gemeinschaft. Wir brauchen mehr religiösen, konservierte Menschen die Menschen, um den Charisma der Moskau zu garantieren. Wir brauchen die Zalesian Bruder, die Zalesian Priester, und wir brauchen auch die Menschen, die überzeugt werden, dass, durch unsere Arbeit, durch unsere Bildung, durch unser Vocational Training Center, wir haben eine gewisse Chance, die Zalesian Bruder zu bringen, zu den Menschen, wo die normale Kirche nicht errichte. Die Zalesian, wie alle religiösen, niemand ist allein für sich. Wir sind Menschen, die leben in der Gemeinschaft. Nicht nur leben in der Gemeinschaft, weil es besser für uns, für mich ist besser, leben in der Gemeinschaft, sondern auch ein Testimonial, um zu zeigen, dass die Kirche vibrant ist, dynamisch ist, wie die Kirche in der Gemeinschaft, mit einigen Schäden, aber viel Licht. Sie unterstützen auch Solidarität und fraternität. Don Bosco, was er getan hat, als er alive war, war, zu gehen aus der Box. Und ich denke, das ist auch heute, was wir tun müssen, zu gehen aus der Box. Die Chance für die Zalesianer und die Zalesianer Familie, in der ganzen Zalesianer Familie, dass wir das Gospel bringen müssen, in ein Ort, wo es normalerweise kein Rahmen gibt, wie wir es in der liturgischen Bereich, in der Kirche. Wir müssen da sein, in der tägliche, ordinarie Leben, wo es geht, wo es geht, wo es geht, wo es geht. Das ist unser Platz und ich denke, das ist die Chance für die Zalesianer in der Zukunft und die Zalesianer Familie zu sein, die Zalesianer der Gospel durch die Menschen und mit den Menschen. Der Zalesianer Bruder in der Zukunft ist das gleiche wie es heute und auch in den letzten Jahren ist. Der Zalesianer Bruder ist der Mann, der mit seiner Ordinarie Leben in die daily, daily actions macht, fühlt sich, dass er religiös ist. Und dieses ist nicht genug, dass er es fühlt, sondern andere Menschen müssen sagen, mit diesem Mann etwas anderes ist. Er ist ein sehr spezieller Mann und sie müssen ihm fragen, warum Sie tun, warum Sie leben, wie Sie leben in der Gemeinschaft. und dann können Sie die Antworten geben, was die religiöse Leben ist. die Menschen leben 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 leben